Overrated. Ganz klar, ich kann aus der Kalten starten. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen. Jede Trainingsfall ist einfach viel zu schnell angelaufen. Das ist Overrated. Muss man nicht machen. Statisches Dehn finde ich gar nicht gut. Dynamisches Dehn... Mobilisation, dynamisches Dehn, sowas vielleicht. Aber eher so Richtung Mobilisationsübungen, Lauf-AWC anstatt Dehn. Overrated. Overrated. Oh, ja. Overrated, sorry. Er ist auch leider overrated. Ja, kann ich auch sagen. Nicht mein Ding, aber er ist overrated. Warum sagst du? Naja, man muss nicht unbedingt schnell laufen, um schnell zu sein. Aber schnell laufen macht schon mehr Spaß. Also, langsame Läufe machen wir auch schnell. Ja, ja, eben. Deswegen treibst du dir auch so schwer langsam zu laufen. So ist es. Auch eher overrated. Da kann man mit Geschwindigkeit reinlaufen. In die Pause. Ne, finde ich eigentlich ganz gut. Scheiß, krass macht sowas immer nicht. Aber... Das Internet. Das Internet. Ja, das Internet. Das Internet. Untertitelung des ZDF, 2020